Ja, hallo, es geht ja wirklich hier am laufenden Band weiter. Jetzt kam heute mal wieder was da rein vom gegen-harz.de Newsletter. Das wird das Hauptthema sein. Am Schluss noch ein bisschen Logo, am Schluss noch ein bisschen paar Videos. Könnt ihr euch dann gerne anschauen bei VK, bei Bitschuh, die sich den Trailer dann bei Wegnus TV aufrufen, den entsprechenden Link in die Browserzeile kopieren, ab damit und dann vielleicht bis gleich. Und da kann man ja dann auch immer mal ein bisschen was mitnehmen, eben aus diesem Hartz-IV-Newsletter. Zumindest für all diejenigen, die derzeit betroffen sind und auch viele, die jetzt im Moment noch nicht betroffen sind, aber in relativ kurzer Zeit davon betroffen sein werden. Dann vielleicht bis gleich. Tschüss.